Was geht, Leute? Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich glaube, jeder würde gerne sagen, dass er ein Arzt ist. Ja, ja, ich weiß, dass diese Menschen Menschenleben retten, aber der wahre Grund ist doch... Mädels lieben Ärzte und ich liebe Arztwitze. Ist irgendein Doktor hier? Ich bin ein Doktor, was geht ab? Ein Herzinfarkt. Ich bin ein Doktor, eine Philosophie. Er wird sterben. Wir alle werden irgendwann sterben. Ich meine, natürlich hätte er mehr in der Situation tun können, aber ich meine, irgendwo hat er recht. Doktor, sind die Ergebnisse schon da? Ich sterbe von Nervosität. Nicht nur von Nervosität. Medizinstudenten, die das erste Mal eine Operation sehen. Passt so wie ich, nur dass ich nicht hinschauen würde. Der X-Ray zeigt eine gebrochene Rippe, aber wir haben sie mit Photoshop repariert. Ist das deren Ernst mit Photoshop? Ich könnte es nicht besser. Doktor, es tut weh, wenn ich meine Schulter anfasse. Dann fasst ihr nicht an. Das kostet 60 Dollar. Okay, 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 okay. Ich muss eine kurze Pause erlegen. Diese Witzel waren zu viel für mich. Jetzt kommen wir aber zu den interessanten Sachen. Ich habe mich entschieden, heute auch mein Arzt zu sein, um vielleicht irgendwann sagen zu können, dass ich auch mein Arzt war. Ich meine, keiner muss wissen, dass es im Spiel war. Nun, ich habe nicht allzu viele Erfahrungen mit Menschenkörpern, aber ich weiß, wo das Herz ist. Deswegen, ich werde da am besten nichts berühren und dann wird es schon gut gehen. Ich meine, so kompliziert kann die Sache doch gar nicht sein, wenn es blutet, dass du was falsch gemacht hast. Und dann klebe es mir These-Film zu. Und weil wir so ehrlich nicht sein wollen wie möglich, habe ich mir... Oh mein Gott! ... ein Feuer hätte sie geschnappt. Und dann werden wir uns so fühlen, dass würden wir wirklich Menschenleben retten. Oder halt eben nicht. Sankoku, gib mir die Power, die ich brauche, um jemanden das Leben zu retten. Oh mein Gott! Sankoku hat mich erhört! Das nächste, was ich tun muss, um meinem Ziel näher zu kommen, ist einfach nur dieses wunderschöne Feuerhälter anzuziehen. Und dann können wir einsteigen in die Welt des Menschenlebensretters. Oder so. Leute, ich tue es! Ich bin bereit! Ist eigentlich, irgendjemand bewusst, wie nervig dieses Telefon ist! Ich hab keine Zeit! Hello, darkness, my... Hello, darkness, my... Ich kann nur das machen, Leute, mehr kann das ich machen, Leute. Aber das reicht in meinem Leben. Ein Arzt muss nicht mehr können, außer dem hier. Sollte gehen auf Operation. Ich denke, das muss okay sein. Das habe ich hier. Wir haben hier... Mäden oder Sachen, so wie es aussieht. Herz... Transplantation. Ein Herz... Eine Herztransplantation, die habe ich schon mal gemacht. Nur halt eben nicht von VR. Aber das sollte okay sein, Leute. Ich krieg's hin. Bob heißt der Name. Können wir auch den Namen ändern? Dann scheint er weniger ab. Beginn Operation. Lass uns beginnen. Lass uns die Patienten retten. Bob, wir kommen und helfen dir. Oh Gott. Oh, das ist realistisch. Bob, oh mein Gott, was? Oh Gott, Bob. Oh mein... Ich sehe deine Füße, Bob. Deine Füße habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh, die sind verdammt hässlich. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe das schon mal gemacht. Wieso ist hier die Kamera? Wieso ist hier... Oh mein Gott, ich kann die Kamera bewegen. Okay. Piep. Kann ich mich irgendwo sehen? In der Kamera? Ist hier irgendwo ein Bild oder so, wo ich mich sehe? Ich kann in der Kamera. Ich meine, wo ist das in der Kamera? Okay. Ich werde den Hammer nehmen, aber es schreckt nicht, okay? Es wird nur ganz kurz wehtun. Oh mein Gott. Oh, what the hell. Was ist hier links von mir, by the way? Ah, da ist der Stuhl. Okay, Bob. Einen Moment. Ich muss den Hammer kurz... Ja, okay, im Fakt. Oh, das gefällt mir. Guck mal, Bob. Der Wackel ist in meiner Hand. Ich schaue jetzt drauf, ja? Drei, zwei. Ah! Sorry, Bob. Okay. Ich habe extra aufs Zweige gehauen, damit der Schmerz schnell vorbeigeht. Aber ich glaube, es tut noch mehr weh. Okay. Entferne das. Das braucht kein Mensch. Gott, du hast hier viele schreckliche Sachen drin. Oh mein Gott. Oh Gott. Guck mal, das ist eine Leber, Bob. Hier. Nur für dich. Das ist nicht für die Leber, will ich, Bob. Was zum Teufel? Was ist überhaupt mein Ziel? Das war... War das eine Lebertransplantation oder so? Oder... Warte mal, hier muss irgendwas drin sein. Oh Gott. Können wir das auch machen? Warte mal, einen Moment. Okay. Warte mal, einen Moment. Okay. Das dauert nicht lange. Ah, da haben wir es. Ey. Das war's sogar. Hier, Bob. Guck mal. Ich hab Neues. Ey. Hab ich es geschafft? Ich hab... Kommst mit dem Hammer rein. Keine Sorge, Bob. Das wird nicht wehtun. Oh. Da haben wir es doch, oder? Haben wir es geschafft? Ich glaube... Haben wir es oder nicht? Okay. Ich brauch mal kurz den Hammer weg. Kann das Teil mal ein bisschen mehr reingehen? Ah, diese ganzen... Oh Gott. Diese ganzen nervigen Knochen, die du hier hast, Bob. So nervig. Ah, ich glaube, wir müssen ein paar Sachen rauschreien. Ich seh dich. Okay. Gib mir das Kapell. Das Kapell, Bob. Keine Sorge. Alles wird gut. Es ist nur ein Kapell. Ich geh da jetzt rein und schau mich vor. Okay? Ob das blutet? Oh, oh. Ist aber nicht gut. Oh, oh. Blab, 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 blab. Alles gut. Oh, oh. Oh, oh. Es tut mir leid. Oh, Gott. Oh, mein. Oh. 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 Oh, was passiert hier? Oh, mein Gott. Ah, Bob, bitte. Hör auf zu paniken, okay? Kann das bitte... Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Ich erfähr das mal. Das ist jetzt nicht so wichtig, okay? Das ist... Oh, Gott. Das ist nicht so wichtig, Bob. Mach das Teil da rein. Hallo? Wie geht's nicht? Oh, nein, nein. Oh, oh. Ich hab's gefangen, Bob. Alles gut. Alles gut. Okay, wie lebst du wieder? Ich weiß nicht, was ich hier tue, Bob. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll, ehrlich gesagt. Ich kann's nur probieren. Mehr nicht. Okay. Okay. Skapé. Skapé. Geh mir da, Skapé. Ich seh da nicht, okay? Es ist alles gut. Oh. It was going so well. Gammie, Proto. Er ist alles gut. Ich seh da nicht. an ich werde es besser machen ich finde es weil ich den hammer ich nehme etwas was effektiver ist was tue ich da aber schon jetzt sogar nicht okay moment aber es müsste doch geklappt haben das vorhin ich verstehe nicht wieso das geklappt hat du müsstest normalerweise jetzt leben du musst nicht am leben sein auch mein wort du musst am leben sein hier aber du müsstest am leben sein das ist ein auge das ist ein auge das war das herz ersetzen das war deine leber nicht ausgetan aber nicht ein herz mein herz der sinne jetzt verstehe ich den wunden punkt oh mein gott ich verstehe was ich falsch gemacht habe keine sorge überhaupt okay wir nehmen den hammer der war effektiver damit können wir die knochen besser entfernen wort wirklich na guck mal bob wir entfernen alles diese ganzen nervigen knochen hier oh da blutet es auch schon warte mal wir konnten ihm eine spritze geben leute ich kann mich erinnern damit er nicht so sehr schon wieder versagt oh mein gott mal hintereinander da haben wir die spitze da ist die spritze die ein heilt okay ich weiß wo die spitze ist das geht los wir machen doch mal dies war aber richtig ja perfekt doch schon ist man weg weg zu den wir das aus das doch nicht brauche ich mache alles in high speed bock ich bin ich bereist mit dem leber sie wollen mit der kuschel keine sorge zuerst ganz mit einer lunge kuscheln hier die lunge liebt ich bock das herz muss jetzt verstehe ich aber okay 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 wir müssen das herz rausholen sei das durch so dass du ich ein moment 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 wie mei ich das ja gott oh mein gott jetzt werde ich sehr brauche ich sehe das problem ja ja das okay alles gut der panik wie er wenn ich das herz aus der verdammten kacke ich habe dir gesagt hier ist ein neues herz ich finde das sieht sehr gut aus der wird bestimmt überleben ich glaube das gehört in einen körperbock was da liegt das nächste wäre eine nieren transplantation oh mein gott ok und ich lasse das video vorher das meine stehen oh gott jetzt telefonkrieger 11 ich bin fertig auf feierabend hör mir davon lassen und ruhen davon zu besinnen schreibt das schreibe operation in die kommentare und ich sehe dich im nächsten video wieder 3,2,1 bye bye danke für das zuhören des videos wenn dir das video gefallen hat würde ich mich freuen wenn du es mit einem daumen nach oben bewertest außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten videos auschecken die findest du rechts also klick einfach irgendein bild an und dann wirst du gleich hingeleitet ich bin mir sicher es gibt bestimmt irgendwas was dir gefallen wird und wenn du es nicht getan hast kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen video content und wenn du schon abonnent bist kannst du unten gerne die glocke anklicken damit du immer benachrichtigt wirst wenn mein video hochkommt aber danke fürs zuhören und wir sehen uns im nächsten video wieder Ciao, ciao!